Ich bin Ihnen vorgenannt. Ich bin sehr begeistert, dass so viele Leute dort in unserer Einladung gefolgt sind, obwohl einige krank sind. Wir beginnen einfach mit einer Rückschau unserer Geschichte, der Comic-Combo, und zwar mit einem Film, den wir vor fünf Jahren schon mal gedreht haben. Zum Geburtstag, der Comic-Combo also zehn geworden ist, und ich bitte um den Film ab. Willkommen zu einer neuen Folge von Jobs, die zu kompliziert sind, als dass man sie in einem Satz zufriedenstellend erklären könnte, bis halt man einfach einen Film lieber macht. Heute behandeln wir den Comic-Magnaten. Das ist klar.